Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Ähm, hm, okay. Okay, äh, nicht bewegen. Okay, gut. Ich hab da eine Idee. Aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso hab ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Uh, ganz schön dunkel hier, was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Nicht stehen bleiben. Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Schnell, Jena! Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, ähm... Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, ähm, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir. Das mit dem Bübel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich seh dich auf der anderen Seite. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Gut. Also, ich nehm dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Bis zum nächsten Mal.